Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr kurz einschaut. Ja, es geht wieder los, wir fangen mal ganz langsam an, denn die nächste Herausforderungsliga, die nähert sich ja jetzt erstmal mit kleinen Trippelschritten und dann in Kürze auch mit großen Schritten und ehe man sich versieht, haben wir Liga auf Start, ja und damit das gar nicht erst passiert, habe ich mir gedacht, wir fangen mal jetzt schon langsam an. Also wir wissen ja jetzt schon, am 15.07. ist ja Bekanntgabe dessen, was uns in der nächsten Herausforderungsliga erwartet und am 23.07. ist dann auch schon der Liga Start und da ist gar nicht so wahnsinnig viel Zeit dazwischen, dass ich da noch erst groß erfragen könnte, was für ein Char und die Char und jetzt machen wir eine Abstimmung, so eine Woche ist ja ratzfatz rum, das heißt, wir fangen jetzt schon mal an, uns ein bisschen ranzutasten, das ist so ein bisschen mein Plan. Also ich möchte auch, wie in den letzten Ligen wieder, möchte ich natürlich gerne wieder ein Liga Let's Play machen, das heißt also ich presche wieder mit meinem Char von Akt 1, also von Beginn bis Akt 10 in einem Let's Play hier auf dem Kanal durch die Liga. Ja, ja, ich würde es auch wieder so machen, tatsächlich wahrscheinlich, also von der Planung her, so wie in der letzten, das heißt, ich nehme wirklich am ersten Wochenende das komplette Liga Let's Play auf und dann bekommt ihr das so in einzelnen Folgen, mal gucken, ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich wieder aktweise mache oder ob ich dann wirklich sage, so halbe, dreiviertel Stunde pro Folge. Das ist noch nicht ganz raus, aber das sind auch noch Gedanken, die haben noch ein bisschen Zeit, was ich jetzt natürlich erstmal brauche, ist irgendwie ein Char. Ich möchte natürlich auch das Ganze wieder mit einer Abstimmung starten, das heißt, ihr dürft wieder abstimmen, was ich dann tatsächlich spiele und jetzt muss ich natürlich in irgendeiner Art und Weise erstmal eine Vorauswahl treffen, was dann dafür eigentlich interessant werden könnte. Und deswegen dieses Video. Dieses Video ist also quasi der Aufruf dafür, dass ihr mir erstmal ganz grob Vorschläge macht. Vorschläge, was ihr vielleicht jetzt in der Ultimatum Liga gespielt habt, wo ihr sagt, super, das wäre genau das Richtige. Was suche ich überhaupt? Ich suche natürlich einen Char, von dem man einfach sagen kann, das könnte auch ein Einsteiger super gut nachspielen, der ist am Ende auch nicht wahnsinnig kompliziert. Ich suche natürlich einen Char, bei dem ich sagen kann oder bei dem man sagen kann, der ist auch Ligastart geeignet. Am Anfang einer Herausforderungsliga, wenn man den Char wirklich am ersten Woche eine durchpreschen will, ist man ja ein bisschen darauf angewiesen, dass man nun nicht gerade die extremst seltenen Items dafür irgendwie braucht, sondern dass man irgendwie einen soliden Char hat, der auch mit Standard-Items gut zurechtkommt und dem man dann vielleicht, also darf natürlich auch das eine oder andere Einzigartige dabei sein, dass man dann vielleicht erst im Atlas braucht, das dann aber auch normalerweise schon gar nicht mehr so teuer ist, falls es relativ häufig ist. Also ich suche mal einen richtigen Liga-Starter jetzt. So, und da dürft ihr mir gerne Empfehlungen geben. Das ist eigentlich so der Aufruf, was heißt, ihr dürft mir gerne Empfehlungen, ich hoffe, dass ihr mir Empfehlungen gebt, schreibt mir bitte unten in die Kommentare, was für einen Char ihr vielleicht gespielt habt, wo ihr sagt, das passt. Also den kann man super als Ligastarter nehmen, mit dem hat man kein Problem, das kann Einsteiger auch super leicht nachspielen oder darf auch gerne ein bisschen schwerer sein, ich mache es ja auch letztendlich ein bisschen vor. Das kann man dann wirklich super als Einsteiger auch spielen. Das würde mich interessieren. Habt ihr in der letzten Liga was gespielt oder habt ihr vielleicht was im Auge, von dem ihr glaubt, dass das stimmt, was ihr selbst noch gar nicht gespielt habt, dann dürft ihr natürlich auch das gerne hier reinschreiben, gemäß dem Motto, ich würde gerne sehen, dass du das und das machst oder ich habe mir gedacht, für die nächsten Liga will ich mal das und das machen. Wäre schön, wenn du das auch machst. Aus euren ganzen Vorschlägen, die werde ich mir dann im Großen und Ganzen anschauen und da picke ich mir dann ein paar raus, von denen ich dann denke, das passt. Also es muss natürlich zu mir passen, ich muss auch Lust zu haben, also dass ich sage, das wäre was, das könnte ich mir für mich auch gut vorstellen. Das würde so meine Kriterien so ein bisschen erfüllen, da habe ich auch total Bock drauf und dann suche ich mir da so ein paar raus, mal gucken wie viele, 5, 6, 10, müssen wir mal schauen und da mache ich dann wieder eine Abstimmung draus. Das heißt, ich sammle jetzt erstmal nur Vorschläge, so in den nächsten Tagen und die dürft ihr wirklich fleißig, fleißig, fleißig wirklich posten. Wie gesagt, also was ihr selbst schon gespielt habt, wo ihr gute Erfahrungen mitgemacht habt, wo ihr, was ihr gerne mal sehen würdet, von dem ihr glaubt, dass das auch super funktionieren würde. Ganz wichtig ist natürlich, ich möchte jetzt irgendwie kein Charge spielen, den ich schon gespielt habe, also die, die länger hier dabei sind. Die wissen ja etwa ganz grob, was ich schon mal gespielt habe. Also sowas möchte ich da nicht nochmal, ich möchte keinen doppelt spielen. Also ich möchte nicht schon wieder eine Askole im Hexe spielen, zum Beispiel. Oder ich möchte nicht einen Wirbelsturm schon wieder spielen. So, also da muss das ein bisschen gucken. Also wenn es aber ähnlich ist, also ich sage jetzt zum Beispiel mal ein, wenn ihr ein bestimmten Schemenbild zum Beispiel habt. Ich habe zwar schon Nekromantenbilds gespielt, aber ja noch nie mit Schemen. Das wäre schon wieder ganz super interessant, da in dem Zusammenhang. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde das jetzt einfach mal so laufen lassen, das Video. Ich hoffe mal auf viele, viele Kommentare von euch. Und dann denke ich mal so schätzungsweise irgendwie nächste Woche. Dann habe ich das schon ein bisschen vorsondiert und dann fangen wir mal mit der Abstimmung an. Ich werde da auch gar nicht großartig die Patchnotes abwarten. Der Hinweis kommt ja jedes Mal unter diesem Video, dass ich ja erstmal warten sollte, bis die Patchnotes kommen. Also aus der Erfahrung der letzten Ligen heraus auch. Natürlich wird ein Char unter Umständen ein bisschen genervt, aber so richtig zerstört haben sie aus meiner Erfahrung noch keinen Char, zumindest nicht im Verlauf von einer zur nächsten Liga. Also bin ich da ganz offen. Schreibt mir in die Kommentare, seid fleißig. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.